Lipase. Lipase ist die Bezeichnung für Verdauungsenzyme, die für die Fettverdauung wichtig sind. Man spricht auch von Lipasen und Lipasen sind eine Gruppe von Verdauungsenzymen. Aufgabe der Lipasen ist es, Fette aus der Nahrung in Glycerin und einfache Fettsäuren aufzuspalten. Und so kann durch die Lipase Fett auch aufgenommen werden. Es gibt verschiedene Lipasen und der menschliche Körper bildet an verschiedenen Stellen Lipasen. Schon in der Zunge werden Lipasen gebildet, auch im Magen. In geringerem Maße werden Lipasen auch über die Nahrung aufgenommen. Aber besonders wichtig ist die sogenannte Pankreas-Lipase, also die in der Bauchspeicheldrüse, in der Pankreas gebildet wird. Und dann wird Lipase abgegeben an den Dünndarm. Dort ist also die Lipase als Enzyme mit dem Verdauungsbrei verbunden und so spaltet die Lipase die Fette auf. Man kann Lipase-Werte bestimmen über das große Blutbild. Lipase-Wert gehört jetzt nicht zum Standardprogramm bei der Laboruntersuchung, beim kleinen oder großen Blutbild. Man kann jedoch bei bestimmten Symptomen, wo man zum Beispiel überlegt, ob die Bauchspeicheldrüse Probleme hat, kann man eben auch Lipase-Konzentration bewusst ermitteln lassen. Im Normalfall braucht man keine zusätzliche Lipase zuzuführen. Es gibt aber auch Lipase als Nahrungsergänzungsmittel, was gerade dann hilfreich sein kann, wenn die Fettverdauung gestört ist. Wenn man Lipase zu sich nehmen will, sollte man darauf achten, dass es ein pflanzliches Produkt ist, denn es gibt Lipase auch tierisch und pflanzlich. So pot, glaube ich. schön kürzlich und vierle hope, bis zusammentitel. und das ist knowcheinig. So pot, wie wie schön ll видите. So pot, wie zwarteidimig.